Ich bin Thomas Köthi, Geschäftsführer von Galizium Solar. Wir bringen die Sonne ins Unternehmen. Mein Name ist Bernd Nägele. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer vom Autohaus Nägele und Sohn in Biedigheim-Bissingen. Wir haben uns einfach überlegt, wie können wir da eine gute Brücke schlagen, sowohl im ökologischen Bereich uns besser aufzustellen, aber natürlich auch bei Stromverbräuchen und auch beim Einkauf von Strom ein Stück weit unabhängiger zu werden. Wir haben oftmals das Problem, dass wir entweder gar keine Absturzsicherung auf dem Dach finden oder es besteht schon eine, die uns dann wiederum im Weg ist. Auch das Thema Verschattung nehmen wir sehr ernst. Wir wissen, dass die Anlage optimale Performance liefern muss und da möchten wir keine Hindernisse, die dann Schatten auf die Modulie werfen. Das hat dazu geführt, dass wir hier überlegt haben, wie können wir uns selber schützen und vor allem die Frage, wie können wir die nachhaltige Sicherungspflicht bieten mit einem System, das eben keine Hindernisse und Verschattung auf dem Dach bietet. Wir haben ca. 50 Mitarbeiter und das Thema Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz ist uns ein sehr wichtiges Anliegen und bei Wartungsarbeiten zum Beispiel eben auf dem Dach, die kommen ja nicht jeden Tag vor, also ist da vielleicht noch etwas mehr Unsicherheit da und deswegen war es uns sehr wichtig, dass künftig Arbeiten, Wartungsarbeiten, Reinigungsarbeiten am Dach eben auch die nötige Sicherheit mitbringen und deswegen haben wir uns dann auch für entsprechende Sicherheitssysteme entschieden. Es war tatsächlich am Anfang geplant, das Dach noch auszustatten mit zusätzlicher Dachrandsicherung, entweder mit Geländer dauerhaft außen rum. Das hätte überhaupt nicht funktioniert, weil dann hätten wir viel Schatten gehabt und dann hätten wir weniger Module aufs Dach getriegt. Wir haben natürlich bei der Entscheidung, wie groß gehen wir mit der Solaranlage, jetzt wirklich die gesamte Dachfläche ausgenutzt und da war uns einfach wichtig, wenn wir diesen Schritt gehen, das Maximum rauszuholen und auch da war es dann einfach mit der Absturzsicherung für uns, mit dem Entscheidungsgrund zu sagen, okay, wir kriegen einfach die Dachfläche maximal ausgenutzt. Dann hat man die Option Sekuranten geprüft gehabt, weil das wäre dann die deutlich günstigere Variante gewesen, aber auch da hätten wir weniger Generatorgröße, weniger eigenerzeugte Energie und höhere Kosten für das Unternehmen gehabt. Also hat man gesagt, wir verzichten ganz auf Geländer oder auf Sekuranten zugunsten einer integrierten Lösung, wie wir sie jetzt hier haben. Uns wurde die Lösung von der Firma InnoTech vorgestellt, von dem Solateur, der hier die Anlagen jetzt installiert hat. Wir kannten das System vorher nicht und es hat uns einfach überzeugt, weil wir ein System aus einer Hand wollten, sprich das System ist dann auch mit der Solaranlage verbunden. Das hat uns eigentlich überzeugt, weil wir es sehr modern fanden und einfach mal eine andere denke in dem Bereich. Wir müssen nicht an die Fassade eingreifen, wir haben keine Baumaßnahmen, die jetzt an der Gebäudehülle irgendwie Eingriff nehmen. Bei InnoTech ist wichtig, dass wir auf die Erfahrung vom Unternehmen zurückgreifen können. Der Planungsprozess ist ideal gelaufen. Wir haben die Unterstützung, die wir auf dem Dach bei der Montage brauchen, bei der Abnahme, weil wir installieren Sicherungstechnik, müssen dafür ausgebildet und zertifiziert sein und da ist uns InnoTech ein optimaler Partner. Für uns ist das Thema Sicherheit natürlich nicht nur eine gesetzliche Auflage, die wir selbstverständlich erfüllen, sondern es ist auch eine praktische Frage. Auf dem Dach zu arbeiten muss effizient sein. Wir haben weniger Abstimmungsbedarf, wir haben es mit der Anlage verbunden und damit sind es zwar etwas mehr Kosten, aber insgesamt war die Organisation für uns dadurch einfacher und auch von der Entscheidung einfach schneller, weil wir weniger verschiedene Gewerke dadurch betreuen mussten oder auch abstimmen mussten. Insofern war es für uns einfach eine sehr gute Lösung aus einer Hand. Die Zeitung von Dachse